Pathologie. Pathologie ist ein Teilgebiet der Medizin. Pathologie ist auch die Abteilung eines Krankenhauses, insbesondere eines Universitätskrankenhauses. Pathologie als Teilgebiet der Medizin ist die Wissenschaft, die sich beschäftigt mit der Beschreibung und Diagnose von krankhaften Vorgängen und Zuständen im Körper. Die Pathologie als Teil eines Krankenhauses ist insbesondere der Teil, wo Gewebe untersucht wird. Die pathologische Diagnostik beruht eben auf der Beurteilung von Geweben anhand ihrer Anatomie und Physiologie. Die Pathologie kann an toten Patienten durchgeführt werden, aber auch an gesunden Patienten. Tote Patienten wäre vielleicht falsch. Es gibt zum Beispiel die sogenannten klinischen Obduktionen, wo man feststellen will, wie ist jemand gestorben, zum Beispiel um zu beurteilen, ob Gewalteinwirkung vorgelegen hat oder ob auch ein ärztliches Versagen vorgelegen hat. Aber die Pathologie beschäftigt sich am meisten mit der Untersuchung von Geweben Leben der Patienten, also die sogenannte Biopsie.